Sarah, kannst du mich aufnehmen? Ja, klar und deutlich. Du auch? Einfach frei. Wunderbar. Thomas, komm. Zielperson kommt. Die Zielperson geht zum Wagen. Zielperson steigt ein. Weißer Kastenwagen. Ja, verstanden. Okay, wir bleiben dran. Lara, die Zielperson wird los. Die ist endlich dran, ja. Verstanden. Apfelrot. Verstanden, wir bleiben zurück. Okay. Dann mache ich das. Reiß die Abzone. Die Scheibe ist etwas zurück. Verstanden. Die Scheibe ist etwas zurück. Bis zum nächsten Mal.